hallo und herzlich willkommen zu meinem neuen video endlich mal wieder wer öfters auf meinen kanal schaut der hat gemerkt dass letzten sonntag und letzten mittwoch bzw diesen mittwoch kein video online kam aus einem ganz einfachen grund samstag hatten wir ja unsere hochzeit endlich und ich bin einfach nicht dazu gekommen dass ich ein video online gestellt hätte da jetzt meine boxen gekommen sind also meine little box meine glossy box und meine degustabox habe ich mir gedacht fange ich gleich mit dem unboxing an und heute natürlich wieder mit der glossy box nächste woche dann mit der my little box und mit der degustabox und nächsten mittwoch machen wir dann auch die gewinnziehung heute habe ich leider noch nicht geschafft das alles auszuwerten bzw es mache ich jetzt beim zweiten video aber jetzt das video noch mal neu starten ist irgendwie doch deswegen erfahrt ihr auf jeden fall nächsten mittwoch wer diese sleep palette diese nordic palette gewonnen hat also da auf jeden fall einschalten dann würde ich sagen fangen wir an die box habe ich an sich schon ausgepackt damit ich einfach das papier wieder weg habe und die sieht diesmal so aus wunderschön diesmal in einem grün würde ich sagen dunkelgrün so tonnengrün mäßig und das glossy box ist in weiß geschrieben bzw das muster ist in weiß und was noch drin war ist diese karte hier ist eben der adventskalender drauf und die rituals box die glossy box extra zusammenstellt und die weihnachts box die glossy box zusammenstellt und die kosten einzeln also die rituals box 25 euro der kalender 100 euro und die weihnachts box kostet 30 euro und da hat es eben ein angebot gegeben und zwar alle drei sachen für 120 euro und ja ich konnte leider nicht widerstehen da die letzten glossy boxen so gut waren habe ich mir gedacht ich kaufe mir den adventskalender letztes jahr hatte ich ja den von foodist und er war jetzt nicht unbedingt schlecht aber der beste war auch nicht deswegen habe ich gesagt dass ich einen neuen ausprobiere und es wird auf jeden fall der glossy box kalender steht drauf also er kostet 100 euro und soll produkte im gesamtwert über 300 euro drin haben bin ich echt gespannt an die rituals box kostet 25 euro und hat einen gesamtwert über 70 euro und die weihnachts box kostet 30 euro und hat einen gesamtwert über 130 euro ich bin echt gespannt ich werde auf jeden fall videos drüber drehen über den adventskalender werde ich wahrscheinlich jeden adventssonntag sozusagen ein video online bringen was im kalender drin war und bin auf jeden fall gespannt was da so drin ist aber nun zu dieser box finden wir sie mal innen ist sie auch einfach grün weiß und so sieht sie eben auf dieser seite aus ich finde sie sieht diesmal total schön so natürlich aus und die hat auch das motto wanderlust öffnen wir das ganze mal und dann stellen wir natürlich wieder das zeug auf die seite und schauen uns das magazin an schauen wir zum ersten produkt das erste produkt von bang beauty eine green color das ist ein hoch pigmentierter bronzeton für die augen also für das augenlid also das ist einfach so ein cremiger lidschatten den man aufs augenlid geben kann der hat sich auf jeden fall sehr interessant an ich stehe immer total auf dekorative kosmetik wie ungefähr jeder der die glossy box bestellt also der wäre schon mal sehr gut dann als nächstes haben wir von benefit etwas ich glaube das kennt so gut wie jeder und zwar benefit cosmetics gogo tint und das ist eine brandneue cherry lip and cheek stain das ist ein tint bzw eine tinte die man auf lippen und wangen streichen kann den würde ich unbedingt drin haben wollen ich liebe benefit und wäre natürlich super wenn ich es aus der glossy box testen könnte weil dann weiß ich ob ich es mir auch so kaufen würde weil das original produkt steht auch schon drin kostet 33 euro und das würde ich mir nicht einfach so kaufen ohne dass ich es getestet habe deswegen würde ich mit denen auf jeden fall rein wünschen der war schon sehr cool als nächstes haben wir von botanicals fresh care bei l'oreal paris koriander stärke kur kraft trank für geschädigtes haar einfach ein serum fürs haar werde ich jetzt nicht so abgenackt wie ihr wisst sind meine haare jetzt nicht so gepflegt beziehungsweise sehr strohig aber es geht mittlerweile eh nachdem ich beim friseur war dann ist noch drin von botanicals fresh care bei l'oreal ein safflor blüte reiche nährung maske für trockenes haare würde jetzt auch gehen für meine haare und dann gibt es einmal noch mal von botanicals fresh care bei l'oreal paris karmelina seitigkeit ritual und zwar eine bandingende haarcreme für widerspenstiges haar eine maske für widerspenstiges haar und ein spülungsbalsam für widerspenstiges haar also sind jetzt alle sachen die für meine haare auf jeden fall gehen würden weil wie gesagt meine haare sind widerspenstig und strohig und kaputt deswegen würde das auf jeden fall gehen würde ich mir aber jetzt so nicht rein wünschen sextus fußbalsam chlorophyll einfach ein fußbalsam für rissige haut an den füßen und das sorgt auch für frisches gefühl und ein reines hautgefühl okay ja fußcreme benutze ich jetzt nicht wirklich dass wir das jetzt nicht so meins dann haben wir von mark by avon also avon kenne ich noch aber ich weiß nicht ob das jetzt eine andere macke ist mit mark by big in style volume mascara einfach eine volumen mascara mit flash flex technologie die wimpern bleiben bei mehrmaligen auftragen flexibel und geschmeidig die würde mich auf jeden fall interessieren wimperntusche geht immer finde ich und meine ist sowieso jetzt dann lehrt die von essence da würde ich eine wimperntusche auf jeden fall gebrauchen können dann als nächstes haben wir von moosmeet gut zu fuß scheabutter insel im see und jungbrunnen eine seife einfach nur eine seife zum einschäumen und abspülen der haut also sowas wie duschgel nur als seifenstückform würde mich auf jeden fall auch interessieren seifenstücke an sich habe ich bisher noch nie verwendet zum duschen aber soll ja nicht so schlecht sein für die haut deswegen würde mich das jetzt schon freuen dann überwut aufbau conditioner farbschutz conditioner das ist einfach ein farbschutz conditioner mit walnussextrakt und panthenol für die schmeidigkeit und glanz ja bräuchte ich jetzt auch nicht unbedingt in der glossy box ja bräuchte ich nicht habe genug conditioner hat genug duschgel und so weiter ich meine kann man zwar immer brauchen aber ich würde mir jetzt nicht rein wünschen dann haben wir von nutraskin hyaluronwasser genau einfach wenn wenn man sehr viel in der sonne war ist das ein wasser mit silberpartikeln desinfizieren silberpartikeln wichtig lässt die haut ebenmäßiger und strahlender erscheinen und baut feuchtigkeitsdepots auf und ist gut für die elastischen fasern des bündegewebes ja das ist ein spray das spürt man sich einfach auf gesichthalts und dekolleté und es soll dann einfach feuchtigkeit spenden werde ich jetzt auch nichts abgeneigt weil wasser spray geht bei mir immer dann haben wir als nächstes von la com okay das hört sich schon mal sehr gut an das ist ein mascara mit sehr dünnen bürstchen die für leichten schwimmsoße also für einen natürlichen augenaufschlag würde mich auf jeden fall interessieren ich habe von la com noch gar nicht als nächstes haben wir von calusan cremeschaum vino das ist ein weinschaum und das ist für ein fußschaum der entspannt und erfrischt und besonders schwere müde füße und beine neben roten weinlob zusätzlich mit wertvollen extrakten aus der rostkastanie pflegt ja wieder füße ich verwende nichts für die füße ich meine wenn es jetzt drin wäre ich würde es meinen mann geben weil der creme seine füße öfters ein aber ich meine füße nicht also ich pflege meine füße so gut wie gar nicht außer dass ich in nageljagd auf die zehennägel tun und meine nägel mache aber sonst als nächstes haben wir von calusan natürliche fußball mill das sage ich jetzt nicht mehr dazu dann haben wir von pausa beauty profi entwirrwunder extra glanz und pflege also das ist so eine art tangle teaser ich habe einen tangle teaser und bei meinen haaren hat er nicht wirklich funktioniert weil die einfach zu strohig und strapaziert sind deswegen funktioniert der bei mir irgendwie nicht ich habe den nicht sehr gerne verwendet und den benutzt jetzt mein mann türkis pink aber er benutzt ihn trotzdem deswegen bräuchte ich den jetzt auch nicht unbedingt dann haben wir die alverde naturkosmetik augengrin frisch mit bachblüten das habe ich jetzt auch nicht mehr dazu der hatte ich schon drin brauche ich auf jeden fall nicht dann haben wir von schon attest ist öde rose wieder drin das hatte ich auch schon drin habe ich jetzt auch nicht mehr dazu genauso wie die in wisse bubbles nano diese kleine in wisse bubbles hatte ich auch schon dann haben wir von dalton marine cosmetics extrem lift serum lifting serum brauche ich auch nicht ich habe noch nicht beziehungsweise ich habe keine folgen wäre bis jetzt auf jeden fall nicht aufgefallen dann bei asia und zwar bei art deco foaming shower gel also das gibt es in deep relaxation mit neroli sandelholzaroma im sensual ballast mit geruch von yang yang und patchouli sowie zarte skin purity mit lotus reismilcharoma das ist einfach ein gel und das gel verwandelt sich dann in einem pflegeschand dann haben wir von harker euterpflege okay das ist für richtige stellen an hände knie elbogen füße okay hört sich schon besser an ich habe keine risiken stellen deswegen bräuchte ich das jetzt auch nicht unbedingt wäre aber was was ich auf jeden fall verwenden würde irgendwann später und dann haben wir noch verschiedene mascaras von la cura deine mascara für großartige aufblicke und zwar einmal die xxl extreme lashes mascara die xxl wimpern zaubert die cute curly lashes mascara die eben die wimpern schwung zaubert keine ahnung wie ich das sagen soll dann die mega lashes volume mascara die volumen zaubert und die long lashes mascara die eben lange wimpern zaubert und ja das sind einfach verschiedene ich weiß jetzt bloß nicht ach die sind von aldi süd also das sind billigere mascaras das ist aber cool dass die von aldi auch mal was drin haben ich weiß halt nicht ob es da alle vier mascaras gibt oder bloß eine mal schauen ob die drin ist würde mich auf jeden fall trotzdem interessieren mal von aldi mascaras auszuprobieren würde mich sehr sehr interessieren aber sonst war es das in diesem heft jetzt würde ich sagen schauen wir einfach mal rein was ich sehr gerne haben würde ist diese augencreme dieses augen lidschattencreme die würde mich sehr stark interessieren favorite produkt ist eben dieses von benefit würde ich so gern drin haben ja genau also ich habe jetzt einmal die lidschattencreme einmal das gogo tint von benefit einmal die wimperntusche von mark big bei avon und was nehme ich noch ich wünsche mir auf jeden fall noch so eine seife die würde mich sehr sehr stark interessieren und da sind sehr viele dekorative produkte drin deswegen gibt es nicht viel auszuwählen sozusagen dann wünsche ich mir noch von nutraskin dieses hyaluron wasser das hört sich auch sehr interessant also wimperntusche augenlidcreme dann dieses gogo tint von benefit dann dieses hyaluron wasser und diese seife mal gucken was drin ist fast wieder einfach so rein ohne dass ich hier reingucke ich stelle es hier auf die seite und das erste ist eine schachtel und jetzt fällt gleich runter nutraskin hyaluron wasser gucken wir mal rein hier das ist ein süßes kleines fläschchen aber ich glaube nicht dass das original produkt ist gucken wir mal das original produkt kostet 39 95 aber das sind 30 ml und das sind 10 ml also das ist ein drittel kostet also ungefähr 13 euro kann man so sagen so ein kleines fläschchen kostet 13 euro ich würde mal sagen probieren wir mal aus wie es riecht es riecht eigentlich sehr angenehm es riecht sehr mild hat jetzt keinen besonderen duft ein bisschen soll das noch ein klopfen aber es ist sehr erfrischend es ist wirklich sehr erfrischend und der duft der ist echt angenehm ok wollte ich drin haben hatte ich jetzt drin und wie gesagt 13 euro ist fast schon wieder die glossy box glossy box die hat immer bessere produkte drin habe ich das gefühl also über das freue ich mich natürlich sehr gehen wir zum nächsten wieder eine schachtel mag bei avon das ist diese volumen mascara und es schaut aus wie ein original produkt also ich finde ich sie dann sehr hübsch aus mit dem mit der raute da oben und die kostet 12 euro da haben wir insgesamt schon 25 euro waren wert und ich habe gerade mal zwei produkte rausgeholt und ich würde sagen schauen wir das bürstchen an weiß ich ob ihr das sehen könnt eine sehr spitz zulaufende bürste mit ja sehr vielen herrchen finde ich bin echt gespannt also die werde ich auf jeden fall sehr sehr gerne ausprobieren und sie hat auch sehr sehr feste bürstchen also nicht so so ja nicht so weit sondern recht fest also die gefällt mir auch sehr gut und die wusste ich ja fast dass die drin ist da dann zum nächsten produkt das ist eine dose ok dieses video fußgel wein cremeschaum genau dieser kostet 390 40 milliliter hier sind auch 40 milliliter drin ist also wirklich ein original produkt aber das ist jetzt das erste produkt wo ich sage brauche ich überhaupt nicht werde es wahrscheinlich meinem mann geben weil wie gesagt er pflegt seine füße etwas mehr als ich da dann zum nächsten produkt der viel kann ja nicht mehr drin sein ok von rituals ich glaube das ist jetzt ein goodie und zwar ist es ein bodyöl also für trockene haut die riecht wirklich gut die riecht echt gut also von rituals muss ich sagen ehrlich ich habe noch nie was von rituals ausprobiert deswegen freue ich mich auch so auf die box die kommt im oktober und da bin ich echt gespannt aber das werde ich auf jeden fall sehr gerne benutzen bodyöl kann man immer brauchen und zum testen finde ich eine sehr schöne größe da dann gehen wir weiter jetzt habe ich eine etwas schwerere schachtel bang beauty das ist der lidschatten oder freue ich mich total im bronzeton ich probiere das gleich mal aus weiß nicht ob ihr das sehen könnt macht euch auf jeden fall zeige ich euch noch mal im bild aber es ist ein wirklich sehr sehr schöner bronzeton das ist nicht zu auffällig also nicht zu viel bronz aber auch nicht zu wenig ich bin genau richtig oh da freue ich mich total drüber ich bin gespannt wie ich mit creme lidschatten zurecht komme weil bis jetzt habe ich keinen creme lidschatten aber da freue ich mich total drüber und das produkt kostet ganze 23 euro 35 3,5 gramm und da sind 3,5 gramm drin 23 euro würde ich mir jetzt so auch nicht kaufen wenn ich das nicht kenne das produkt freue ich mich total drüber sind schon drei meiner wünsche in erfüllung gegangen jetzt habe ich noch als wunsch diese gogo tint und diese salze bin ich gespannt ich hoffe natürlich dass das gogo tint drin ist es würde mich so freuen ja 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 gogo tint von benefit aber ich glaube das ist nicht das original produkt 10 ml kosten 33 euro und da sind 4 ml drin also ungefähr so gut wie die hälfte kostet also auch schon um die 15 euro dieses kleine fläschchen also hier ist dieses gogo tint sieht auf jeden fall sehr interessant da ist bin ich echt gespannt wie das auf den lippen aussieht und da freue ich mich total drüber von benefit einfach super also wirklich die sachen die ich mir gewünscht habe dieses hyaluronwasser diese wimperntusche diese diese augencreme und dieser lip beziehungsweise cheek tint da kann ich schon über diesen fußcharmen den ich nicht drin haben wollte hinwegsehen weil es sind wirklich es sind drei dekorative produkte normalerweise war es immer so viel pflegeprodukte und ein dekoratives produkt bin total begeistert drei dekorative produkte und dann auch noch von rituals ein brübchen wo ich mich natürlich auf meine box im nächsten monat vorbereiten kann ich bin total begeistert wahnsinn so viele schöne sachen also wer unbedingt dekorative sachen will die glossy box wird immer besser das gefühl wird immer besser also ich kann sie auf jeden fall wärmstens weiter empfehlen schaut sie euch mal an einfach mal probehalber bestellen ich werde auch nicht gesponsert oder so die kaufe ich natürlich selber finde ich echt super 15 euro für die box bezahlt und ungefähr einen warenwert von 50 euro drin das ist wirklich total super ja dann war es das eigentlich mit meinem video wie gesagt nächstes video bitte einschalten da wird der gewinner für die sleek palette bekannt gegeben tut mir leid dass ich dieses mal nicht mehr geschafft habe aber ich hoffe ihr verzeiht mir der gewinner bekommt dafür noch ein kleines goodie mit dazu aber das wird der gewinner selber herausfinden was das für ein goodie ist dann hoffentlich sehen wir unseren mittwoch wieder wenn euch das video gefallen hat würde ich mich natürlich total über ein abo freuen und total über ein like freuen und über einen kommentar natürlich und wenn es euch gefallen hat vielleicht schaut ihr dann beim nächsten video wieder rein wenn ich die meine box dann hoffentlich bis zum nächsten mal